Gas, Wasser oder Strom. Früher war ein Zählertausch extrem aufwendig. Heute ist das alles einfacher geworden. Termin kurz abgestimmt und schon sind wir unterwegs. Krionik. Immer freundlich, pünktlich und zuverlässig. So muss das heute laufen beim Zählerwechsel. So macht Arbeiten Spaß. Schnell, unkompliziert und bei unseren Kunden gerne gesehen. So geht Zählerwechsel heute. Freundlich, schnell, unkompliziert. Eben einfach Krionik.